Schauen wir uns am Beispiel der Quadratfunktion an, wie man die Stetigkeit einer Funktion mithilfe des folgenden Kriteriums beweist. Betrachten wir hierzu folgende Aufgabe. Zeige, dass die Quadratfunktion f definiert von r nach r, die x nach x² abbildet, stetig ist. Im Beweis müssen wir zunächst einmal die Objekte definieren, die wir für den Beweis benötigen. Das zunächst einmal die Quadratfunktion selbst. Wir schreiben hierzu, sei f die Funktion definiert von r nach r, die x nach x² abbildet. Um die Stetigkeit von f zu beweisen, müssen wir zeigen, dass f in jedem seiner Argumente stetig ist. Also holen wir uns nun ein beliebiges Argument und definieren, sei x-Tilde-Element-r beliebig. Denn komplett r ist der Definitionsbereich und dementsprechend holen wir uns ein beliebiges Argument aus diesem Definitionsbereich r. Für das folgende Kriterium brauchen wir außerdem eine beliebige Folge, die gegen dieses x-Tilde konvergiert. Also schreiben wir weiter, sei xn eine Folge, die gegen x-Tilde konvergiert. Nun betrachten wir den Ausdruck Limes n gegen unendlich f von xn. Im folgenden Kriterium müssen wir zeigen, dass wir den Limes in die Funktion f hineinziehen können. Sprich, dieser Ausdruck muss gleich sein von f von x-Tilde. Um dies zu machen, können wir zunächst einmal die Definition von f anwenden. Wir sehen, der Ausdruck ist gleich den Limes n gegen unendlich von xn². Das Quadrat können wir umschreiben in ein Produkt und erhalten nun ein Produkt von Folgengliedern, deren Folge jeweils konvergent ist. Das haben wir in der Voraussetzung ja bereits geschrieben. Dementsprechend können wir nun die Grenzwertsätze anwenden. Im Konkreten die Produktregel für konvergente Folgen. Diese lautet, wenn wir ein Produkt haben von zwei Folgen und die einzelnen Faktorfolgen konvergieren, dann können wir den Limes des Gesamtproduktes in das Produkt hineinziehen. Sprich, wir können das Ganze umschreiben zu dem Produkt aus jeweils den Limes von n gegen unendlich von xn. Wir wissen, dass xn gegen x-Tilde konvergiert und damit erhalten wir x-Tilde zum Quadrat, was nichts anderes ist als f von x-Tilde. Wir haben so bewiesen, dass wir den Limes in die Funktion f hineinziehen können. Denn Limes n gegen unendlich von f von xn ist nichts anderes als f von x-Tilde. Damit, und weil xn eine beliebige Folge war, die gegen x-Tilde konvergiert, ist unsere Funktion f an der betrachteten Stelle x-Tilde nach dem vollen Kriterium stetig. Da außerdem das Argument x-Tilde beliebig gewählt wurde, wissen wir so, dass f an jedem seiner Argumente stetig ist und somit insgesamt stetig. Also können wir zum Abschluss schreiben, damit ist f nach dem vollen Kriterium stetig.